Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich handel 6 Sekunden bis 2 Minuten, mein Starttrade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Euro, US-Dollar. Sieht ganz gut aus. Allerdings müsste der Kurs noch etwas steigen. Ich suche weiter. Schweiz, Japanisch Yen. Euro, Japanisch Yen. Hier steige ich ein. Gleich nochmal. Ich vergebe noch insgesamt 50 Plätze für mein Privat-Einzelcoaching, 10k pro Monat. Und wenn diese weg sind, beende ich das Bewerbungsverfahren. Sieht gut aus. Beide Trades deutlich gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Na, adios. Walter war.